Hallo und guten Abend, wir sind hier und ich mit euch unterhalten. Wir? Ja, wir haben mit euch. Wir sind ein täglicher Absicht hier. Wir wollen euch mit tun und wir müssen auch mit Papier-Unsatz tun. Ich bin zum Beispiel Silvia. Neben mir ist mein Ehemann. Ne. Und wer bist du? Weißt du? Wie ist denn dein Name? Okay. Ja? Ist das hier? Wie ist denn dein Name? Will ich wieder mal dein Name sagen? Sehr schön. Bitte bitte. Wie ist denn dein Name? Wie ist denn dein Name? Wir sind als Freunde gekommen, müssen uns gerne nur mit euch unterhalten. Lang in Ruhe? Ohne Sperech, ohne sonst irgendwas. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020